Hi, ich grüße euch. Ich freue mich, dass ihr mal wieder zuschaut. Ich habe lange keine Videos gemacht, aber jetzt wird es Zeit, mal wieder ein paar Informationsvideos zu drehen. Und heute möchte ich euch gerne Melatonin vorstellen. Ihr kennt es wahrscheinlich. Die Piloten haben es früher immer als Kapseln gekauft in den Vereinigten Staaten, damit die Piloten Nachtflüge hatten. Dann sind sie immerhin in andere Schlafrhythmen reingekommen. Und um das auszugleichen, um das System runterzufahren, haben sie dann Melatonin-Kapseln eingenommen und haben dann dadurch schneller einschlafen können oder leichter einschlafen können und konnten ihren Rhythmus verändern. Also das war schon sehr praktisch. Aber Kapseln wirken lange nicht so gut, wie weil sie im Darm aufresorbiert wird. Da geht einiges verloren, wie zum Beispiel Bonbons. Wir haben Bonbons entwickelt mit Astexantin. Das kennt wahrscheinlich schon jeder von euch. Astexantin-Bonbons ohne Zucker mit Erythrit. Und jetzt haben wir ein Melatonin-Bonbon gemacht. Ich freue mich sehr darüber. Das ist dieses hier. Ich freue mich sehr darüber, weil ich jetzt in dieser C-Zeit, in der wir gerade leben. Heute ist, ich glaube, der 16. August 2021. Das heißt, in dieser schwierigen Zeit habe ich mich sehr berührt gefühlt, aber auch sehr angegriffen gefühlt und habe dadurch Schlafprobleme gekriegt. Ich konnte nicht mehr einschlafen, habe zu viel nachgedacht. Das hat mich emotional auch sehr belastet. Und ich habe dann, wie gesagt, dieses Astexantin- bzw. dieses Melatonin-Bonbon entwickelt. Und interessant ist, dass ich sehr, sehr gut damit einschlafen kann. Das heißt, wenn ich mich hinlegen möchte abends, dann nehme ich ein oder zwei von diesen Bonbons, von den Melatonin-Bonbons, lutsche die und mein ganzes System fährt runter. Also es ist wirklich, dass man in einen anderen Bereich seines Nervensystems eintritt. Der Stress lässt nach. Man kommt runter und man kann besser einschlafen. Der Trick ist ganz einfach, dass über die Mundschleimhaut viele Stoffe sehr viel besser aufgenommen werden können. Unter anderem auch dieses Melatonin oder auch Astexantin. Und wir dadurch jetzt durch die schnellere Aufnahme diese Stoffe schneller im Gehirn haben oder schneller im Blut haben. Und bei Melatonin ist es so, dass es innerhalb von wenigen Minuten eigentlich das System schon runterfährt. Man kann es auch zwischendurch nehmen, wenn man aufgeregt ist, also noch gar nicht schlafen will, sondern wenn man zu sehr aufgeregt ist, dann kann man einen Melatonin-Bonbons lutschen und man fährt sich selber einfach damit runter. Ich habe wie gesagt Schlafstörungen gehabt, auch dass ich kurz nur schlafen konnte, also vielleicht vier oder fünf Stunden. Und mit dem Melatonin habe ich dann tiefer schlafen können. Aber der geniale Trick dabei ist, wenn ich zu den Melatonin, ein oder zwei Melatonin-Bonbons, wenn ich dazu noch einen Astexantin-Bonbons lutsche, dann habe ich eine zeitversetzte Wirkung mit dem Astexantin. Das bedeutet, ich schlafe gut ein und habe morgens dann die absolute Power, um wirklich, wirklich gut aufzuwachen. Das heißt, ich habe morgens Power durch das Astexantin und abends fahre ich runter mit dem Melatonin. Es ist wirklich eine geniale Geschichte. Probiert es einfach mal aus. Jeder, der von euch Schlafstörungen hat, dem wird das wirklich sehr gut tun. Probiert es aus. Danke fürs Zuschauen. Tschau und dabei. Tschüss.